Ja, voll, aber ich hab dann auch nach, also ich hab währenddessen, das hört sich immer so cool an, ich hab als Skilehrer gearbeitet. Ich hab vier Tage vielleicht die Woche als Skilehrer gearbeitet und hab abends noch vier Tage die Woche in einem Asia-Restaurant gearbeitet. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, ich geh morgens Skifahren, sondern es war schon auch ein bisschen Arbeit noch abends dahinter. Aber mir war es immer wert, weil ich halt morgens aufgestanden bin, rausgeguckt hab und 20 Zentimeter Schnee lagen und ich einfach auf den Berg fahren konnte und vielleicht meinen freien Tag auf dem Berg verbringen konnte. Danke.